So, schau auf! Herzlichen Glückwunsch. Komm immer mehr. Gelangen sie zur Kabine. Was ist denn mit dem? Irgendwas muss doch mit dem nicht ganz sauber sein. Was sind sie denn? Da. Ah, da ist noch einer! Hä? Der darf mich nicht erwischen, oder was? Wieso, wieso war ich denn instant tot? Und Leute, wieso zieht ihr mir so viel ab, Alter? So, du noch. Himmel, warum ziehen die mir so viel ab? Ah, okay. Ah, ich verstehe. Ich muss... Warte, da. Nein, das war richtig. Hab ich das jetzt richtig gemacht? Hoffe ich. Ah, scheiße. Ich werde jetzt sterben. Aber ich habe immerhin verstanden, was ich machen sollte. Ah! Boah, schon wieder? Dein Ernst? Okay. Also, ich spare mir hier meinen Fokus auf und mache die einfach so kaputt. Es ist vielleicht nicht so einfach wie mit dem Fokus Spaß, aber... Aber immer noch besser... Als wenn ich dann... Ah! Da drüben nichts habe. Stirb! So, warte... So, und jetzt kann ich einmal das hier aktivieren. Hast du gerade gesagt, Johnny ist da? Oh, warte, warte. Warte, schieß! Nicht auf den! Schieß! Nillin, verarschst du mich gerade? Warum schießt du nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum zum Henker sie da nicht hingeschossen hat. Sie hat alles anvisiert, nur nicht den Schalter. Alles! Bei aller Liebe! Also, irgendwo... Ich weiß gar nicht, warum du den da anhüpfst, aber es ist in Ordnung. Mach schon. Da, du noch! Da, du noch! Böses Mädchen! Böses Mädchen! Ja, ich bin ein sehr böses Mädchen sogar. So, und... Hör auf, den da anzugucken! Hör auf, Nillin! Oh Mann! Ich könnte kotzen. Würdest du jetzt bitte da... Oh, ich geb's auf. Schieß! Was tust du denn? Ach, ich geb's auf. Ich verstehe es nicht. Irgendwas mach ich falsch. Sie visiert den nicht an. Ich kann machen, was ich will. Sie visiert diesen scheiß Schalter nicht an. Habe ich irgendwas verpasst? Vielleicht muss ich die erst alle getötet haben oder so. Oder ich muss den Fokus frei haben, um die alle zu stammen. Ich hab nicht den leisesten Schimmer. Irgendwas stimmt da nicht. Sei still, Junge. Ich hab grad echt keinen Bock drauf. Irgendwas funktioniert hier nicht. Ich mein, hier funktioniert es auch. Dass ich sage, okay, so. Und jetzt? Mach ich einmal den hier. So, und jetzt? Renn bitte hier hin. Visier den Schalter an und mach ihn kaputt. Danke. War das so schwer, Nillen? Jetzt ohne Scheiß. So, und wo ist jetzt dieser scheiß Notschalter? B. B. Aha. Okay, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen beleidigt. Oh, guck mal. Ich bin ehrlich gesagt wirklich ein bisschen beleidigt, dass das gerade so lange gedauert hat, ehe das funktioniert hat. Weil ich hab genau das gemacht und er hat... Und sie hat einfach... Sie hat sich ja geweigert sogar in die Richtung zu gucken. Das hat mich echt geärgert. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Oh, einmal heilen. Und so viel haben wir gar nicht verloren. Das ging eigentlich. Was war das? Wahrscheinlich eine neue Mutationsbaum. Vielleicht eine neue Art Liefer. Sein Geist. Wie ein brausendes Meer aus Leib und Mut. Schnell raus aus der Metro. Wer weiß, was da unten lauert. Äh, ja. Wir verlassen jetzt die Metro, indem wir noch tiefer gehen. Tolle Idee. Oh, das sieht doch hier schon wieder nicht gut aus. Hier lauert doch ganz sicher irgendwas auf mich. Oh, so Schatten hab ich ja auch gern. Ah! Das hat ja super funktioniert. Jetzt bin ich nervös. Wo der gesagt hat, wer weiß, was da... Ah! Noch lauert. Das macht mich... ...schon nervös. Was? Also, nicht weil... Weil... Wer weiß, aber... Ich bin doch immer so schreckhaft. Boah, hier sind wir diese Container-Dinge. Ja. Oh, guck mal. Gut, ich mach mal gucken, irgendwann. Davon werden wir auch nicht alle haben, aber... The more the merrier. So... B. Ah, so klar, dass mich jetzt irgendwas angreift. Und wieder so ein dicker... Na klar. So, wo ist der nächste Kleine? Da. Da! Der Kleine kann gerne zu mir kommen, der Große nicht so sehr. Du musst schon warten... Wow, bis du an der Reihe bist, Kumpel! So, und weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt mach ich erstmal Raserei und geb dir ordentlich auf den Deckel, du Idiot! Ah! Scheiße, das war keine gute Idee. Kannst du mal bitte deine Heildingens machen? Ah! Das war doof. Ja, okay. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Also geh jetzt nur hier rüber, okay. Ich hör doch schon wieder irgendwas. Welcher Wahnsinn unserer Generation! Hier lebten einst Familien. Die Regierung vertrieb sie gewaltsam, um den Zahn Scheldam zu bauen und die Bastille zu sichern. Das ist eine andere Mini-Szene, die würde ich ehrlich gesagt noch nicht so gern aktivieren. Weil ich erstmal ein bisschen gucken will. Aber egal, gut. Reaktieren wir mal. So. Wer ist denn? Johnny Green Teeth. Oh. Hörst du das? Das hast du gehört, oder? Ruhig, Mann. Du bist wie ne Katze auf der reißen Herd. Das ist unsere letzte Runde. Dann wird dieser Slum ausgespielt. Okay? Okay? Ich hab's nicht verstanden. Irgendwas mit der letzten Runde? Okay Johnny, zeig wie du's gemacht hast.